So, Donner-Kiefer haben wir noch nicht mal markiert, ja. Hahaha, die kämpfen richtig da, die kämpfen richtig. Soll ich denen mal helfen? Soll ich so sein, denen helfen? Und wahrscheinlich eh nicht viel bringen. Ach, die sind tot, die Kollegen. Oh nein, noch nicht. Ja. Haha, die kämpfen doch voll. Okay, jetzt bin ich mittendrin, statt nur dabei. Juhu! Mittendrin, statt nur dabei. Mittendrin, statt nur dabei. Wow. Zack. Haha. Aua! Das hab ich gar nichts getan. So, du bist meins. Oh oh, da ist noch was, oder? Okay, steh auf. Der Wächter ist down. Könnt ihr mal? Abgetrennt! Abgetrennt! Buh! Zack! Dornakiefer! Na, was ist los, kleiner Mann? Ich treff den nicht von hier. Boom! Boom! Wie jeder Glück immer hat. Ich will deine Waffe da schrotten. Deine Waffe. So. Zack! Ah, hat er noch jetzt was? Nein, das hat er nur noch. So. Tschüss. Kannst nicht mal viel tun. Hä? Meister. Wo kann ich hier... Oh. Ach, das ist noch Laserstrahlen. Tja. Ah, verdammt. Zack, zack. Hahaha. Ich hab auch keine Hilfe. Doch, ich hab noch einen Jäger als Hilfe. Ich wollte nur den Schwanz dafür. Okay, das geht nicht mehr. So. Kannst du noch einen Angriff machen, hä? Habe ich gehört. Wuhu. Nur noch Nahangriffe, Kollege. Wow. magst du eigentlich Feuer? Weiß ich nicht. Deswegen kriegst du ein bisschen Feuer ab. Zack. Nein, ich hau ihn, ich hau ihn. So. Na komm, du Kleiner. Wow. Jetzt bist du aber hier? Unfair. Mir hat gar nichts getan. Boah, wie Damage das Zeug macht. Oh. Hahaha. Na? Donnerkiefer. Du magst Feuer nicht. Wah, du brennst ein bisschen. Genau, wie das mich jetzt getroffen hat. Und? Lieg jetzt endlich. Geht doch. Meine Güte. Meine Güte. Donnerkiefer. Dankeschön. Du, bitte. Können wir reden? Wo? Da. Was willst du? Du hast mir eine zweite Chance gegeben. Vielen Dank. Wow. Vielen Dank. Belohnungskiste. Hö. Tja. Seine Einzelteile liegen hier überall verstreut. Von diesem schönen. Trampler ist auch down gegangen. Nein. Nur ein Trampler. Ganzen Einzelteile. Auch noch mit. Ich hätte ja auch von ihm seine Waffe nehmen können und schießen können. Das wäre auch noch was gewesen. Das wäre auch noch ganz cool gewesen. So. Dann haben wir den Aua erledigt. Dann wollte ich eigentlich hier oben. Unten ist noch eine Metallblume. Hier oben ist noch mal ein Lagerfeuer. gerne holen. Das Lagerfeuer. Dann wieder zurück. Ah. Und dann aktiv erledigt. Musste auch mal sein. Jetzt haben wir eigentlich fast alles einmal erledigt. Das darf auch. Spannung. Ein bisschen Kampf. Ich habe mich gescannt. Nein. Ich habe mich gescannt. Und dann habe ich den. Nein. Bitte. So. Stürz. Ab. Danke. Komm. Runter. Und. Zack. Ist auch weg. Nein. Du bist kein Grauhabicht. Du gehst weg. Du bist kein Grauhabicht. Ist unfair. Du Grauhabicht. Ja. Grauhabicht. Ja. Und dahinter ist noch ein Lagerfeuer. Okay. Da oben. Warum da oben? Was ist denn das hier? Was ist hier passiert? Überall Schnappmäuler. Oha. Was ist das? Was ist das hier? Weiß ich dich auch noch irgendwann herausfinden. Überall Schnappmäuler. Interessant. Alles kaputt und so. Vorratskiste. Vorratskiste. Draht und so. Nehm ich doch gerne mit. Warum liegen hier zig Schnappmäuler? Aus welchem Grund? Nicht zu weit laufen? Irgendwas scannen? Das ist eine gute Frage. Wie viele. Einfach rumliegen. Hahaha. Jo. Hier oben hätten wir auch noch eins. Was wir nicht haben. Und da oben auch noch mal eins. Ich hätte jetzt gern hier. Diese Metallblume geholt. Wenn ich jetzt. Außer rumlaufe. Schnappmäuler. Ihr kleinen Schnappmäuler. Was geht bei euch für ein Film? Habt ihr da hinten. Massensterben betrieben, oder? Ist der Wahnsinn. Was hab ich denn noch? Na 270. Das ist gut. 72 Holz. Nehme ich doch gerne mit. Jetzt haben wir mal Heilung wieder. Donnerkief. Warten wir ein bisschen. Heilung. Weggenommen. So ein bisschen. So. Hier irgendwo. Ne. Nur ein Stückchen. Scheint irgendwo oben. Ne. Hinten dran. Dann komm ich aber hoch. Zack. Zack. Jupp. 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 Okay. Komme ich hin. Was ist das für ein Tor da hinten? Interessant hier alles. Da komm ich auch hoch. Aha. Alles beleuchtet. Da ist eine Brücke. Wie gehe ich denn hier? Oh. Wow. Das war knapp. Hahaha. Das war leicht zu hoch. Vermute ich mal. Aber ich hab wenigstens das. Kleine Zeeherpflanze. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wer weiß. So. Dann hab ich das. Ah. Das ist ein. Das ist auch noch. Naja. Komm ich hier irgendwie hoch? Nein. Nein, nein, nein. Die Schlagerfeuer da oben noch holen. Da oben. Da oben. Zwei Metallscherben. Wow. It's amazing. Was ist das hier? Und das wieder. Ne. Waffenluge. Ne. Waffen. Waffen. Jagdgebiet. Lagerfeuer entdeckt. Interessant. Ne. War man noch nicht. Da oben. So. Hier ist noch ein bisschen Pflanzen. Das hält sich. Da oben. Und was ist das hier? Wo bin ich? Morgenwacht. Die Morgenwacht. Die nur morgens wacht. Sonst ist hier gar nichts. Einfach nur eine Anlaufstelle. Einfach nur eine kleine Anlaufstelle. An ein Laufstelle. Genau. Anlaufstelle. Wie das aussieht. Ja. Da haben wir noch was. Auch nicht gar nicht so weit entfernt. Ich hole mal auch noch ganz schnell. Alles clean. Alles schön. Lagerfeuer entdeckt. Das da nicht mehr erscheint. Dann haben wir alle. Zack. Auch meins. So. Da drüben auch noch mal eins. Okay. Will ich das jetzt auch noch schnell holen? Weil. Ich dann auf dem Weg hier die alle habe. Zurück teleportieren können wir uns hier immer wieder. Einziges was mir ein bisschen. Sorge bereit. Das ist vielleicht der Sturmvogel. Die Trampler. Der ist mein Tieflieger. Dieser. Tolle Vogel. Kleiner. Tieflieger geworden. Oh. Der hat mich jetzt gesehen. Oh shit. Ich habe ab. Oh. Der hat sich festgepackt. Oh. Halb so schlimm. Jagdgebiet. Sollen wir mal mit dem Typen da oben reden? Ne? Ist es ja. Sturmvogeljagdgebiet. Oder was? Was wäre es jetzt? Der hat sich irgendwie festgepackt. Der Sturmvogel. Nein. Kann mir recht sein. Ich habe ja nichts dagegen. Hoch. 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 Ich bin wieder ein Händler. Zack. Normale Lagerfeuer. Hey. Bei der Sonne. Bist du Nora? Ich habe noch nie welche im Jagdgebiet gesehen. Oder in der Jägerloge. Wie interessant. Was machst du denn hier? Hier kämpft man bei den Ausdauerprüfungen gegen eine Herde von Maschinen. Glaubst du, du schaffst das? Ich weiß es sogar. Hervorragend. Tolle Einstellung. Du bist wirklich freundlich. Tja, weißt du, man fühlt sich doch recht schnell einsam in der Wildnis. Ganz schrecklich einsam sogar. Was ist denn mit deinem Freund da? Oh, der zählt nicht. Der macht kaum mal den Mund auf und wenn er es doch macht, kommt nichts Interessantes raus. Wer bist du? Warum bist du hier? Tja, ich bin ein Jäger natürlich. Und ein Mitglied der Jägerloge. Doch ich bin ganz gern hier draußen. Hier beschwert sich keiner. Über meine Kluft. Meine Manieren. Meine Persönlichkeit. Lass ihn nicht rein. Er nervt mit seinem unaufhörlichen Geplapper. Oder er stinkt wieder nach Fisch. So in der Art. Ich stink nicht nach Fisch, oder? Nein, eher nach, ähm, nassem Fell. Na, das ist gut. Was sind die Prüfungen? Die Jägerloge sorgt überall für Jagdgebiete, damit Jäger trainieren können. Bei den Prüfungen hier geht es um das Wichtigste bei der Jagd. Eine gute Ausdauer. Die Jagd ist kein Sprint, sondern Marathon. Hier gibt es also nur Training? Und eine Herde Maschinen. Und? Ich bin berechtigt, Abzeichen zu verleihen. Halbsonne, Vollsonne und Glutsonne, wenn es gut läuft. Was ist die Jägerloge? Ein Treffpunkt für Jäger in Meridian, wo man sich amüsiert und prahlt. Ich jage lieber Maschinen. Du hast bereits dreieinhalb Sonnen gewonnen. Also bist du qualifiziert, der Loge beizutreten. Drei Ausdauerprüfungen. Welche möchtest du? Ich sag dir, wie sie läuft. Schnelligkeitsprüfung, Teilezusammentriepprüfung, Felsenprüfung. Was muss ich da machen? Die Anhöhen sind Kadaver von Wächtern. Plündere sie vor Ablauf der Zeit und du bestehst. Es klingt einfach, aber nimm dich in Acht vor den anderen Maschinen dort. Komm, wir probieren's. Rutsch ein Seil runter und die Zeit läuft. Wir probieren's. Drei Anhörungen, ja. Wo fang ich am besten an? Von hier. Abwärts. Aber es sind nur Trampler, die hier sind, deswegen. Ah, und hab ich den. Und ich hänge hier natürlich fest. Das ist immer ganz geil. Kämpfen oder weglaufen. Ich hänge hier fest. Äh, ich brauch Feuerpfeile. Hebe ab. Okay. Lass mich. Lass mich. Ich geh ja nur durch. Ja, genau. Wieder genauso. Ja, wo kommen die jetzt alle her? Ich komm jetzt nicht durch. Ich komm da nicht durch. Das war aber nicht der Richtige. Da oben, hä? Du bist da hoch. Huch. Huch. Danke. Und darüber. Ich hab nur in eine Minute. Eine Minute. Um da hochzukommen. Uwa. Hoch. Hoch. Zack. Haben wir. Aua. Ey. Abwärts, komm. Natürlich, stürz ich genau. Zack. Willst du mich verarschen? Ah. Wusst ich doch. Tja, ich hab aber die Prüfung bestanden. Oh. Hallo, hab ich. Hallo, hab ich. Komm abwärts, komm runter. Und zack. Eine hab ich weniger. Jo, die Prüfung war ja eigentlich jetzt nicht unbedingt der Wahnsinn. Da ging es einfach nur um Schnelligkeit. Mehr nicht. Ist das auch ein Habicht? So groß. Grau hab ich, ja. Tatsache. Tatsache. Stürz ab einfach. Komm. Komm. Yeah. Zack. Tschüss hab ich. So, was sind seine anderen zwei Prüfungen? Wenn das nur sass war. Hm, da bin ich ja gespannt. Hoch. Hoch. Hey, ich hab's geschafft. Eine Glutsonne schon beim ersten Versuch? Herzlichen Glückwunsch. Fesselprüfung oder Teilezusammentriebprüfung. Bei dieser Prüfung musst du einen Trampler fangen und das Teil unter seinem Bauch abschießen. Unter seinem Bauch abschießen. Bist du bereit? Gut. Wähl ein Seil und dann läuft die Zeit. Unter seinem Bauch abschießen. Was ist da unten, hä? Muss ich am besten den Pfeil nehmen. Ob ich das schaffe, ist die andere Sache. Gut. Abwärts. Zerstöre. Okay. Das gezählt? Nein, natürlich nicht. Weil es nicht gefangen war, hä? Binde den Tram. Ah, okay. Brauchen Seilwerfer. Deswegen klappt es nicht. Okay. Geht nicht. Ich hab noch keinen Seilwerfer drin. Also muss ich wieder gehen. Sorry, Jungs. Bin wir weg. Das geht nur mit dem Seilwerfer. Das will ich jetzt nicht unbedingt machen. Das ist mir zu blöd. Sorry, muss ich abbrechen. Fehlt dir irgendwas? Ja. Prüfung abbrechen. Was ist das? Prüfung? Jetzt hast du deine Chance zu zeigen, dass du grauhabig gefangen kannst. Lock sie zu dir und binde sie dann fest, um den Test zu bestehen. Äh, okay. Nee. Ich muss jetzt gehen. Du weißt, wo du mich findest. Das machen wir dann, wenn wir genug und mehr Zeit haben. Dann machen wir die Jagdlos auch noch. Gibt zwar viel Erfahrungspunkte, aber muss jetzt unbedingt nicht sein. So, eigentlich wollte ich die Metallblume hier unten noch holen. Dann kann ich kurz hierhin reisen. Hier sind viele Menschen gestorben. Ein Massaker. Wer sollte sowas tun? Wer sind die? Wir können nur zur Göttin beten. Nein. Rituale und Gebete bringen niemanden zurück. Dann musst du das Heilige Land verlassen. Es wird Zeit, dass die Mörder für ihre Taten bezahlen. Eloy von den Nora. Was führt dich nach Meridian? Gefahr. Eklipse-Truppen. Sie graben alte Waffen aus. Ich weiß, wer die Nora angriff. Ein neuer Morden dämmert am Horizont. Ein neuer Tag, der bald anbricht. Was macht er mit ihnen? Er kontrolliert sie. Die Verderbnis und gibt sie wie eine Rauchwolke. Ein weiter Weg von der Zitadelle, Eloy. Wer bist du? Ein Interessierter. Kriege an Eloys Seite. Jetzt! Es ist also soweit. Eloy. Das Ende. Oder zumindest der Anfang davon. Es gibt noch so viel zu entdecken, bevor die Welt endet. Ja. Wtf.